Servus liebe Freunde der gepflegten Western-Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo. Die DevBlogs gehen fröhlich weiter zum kommenden Update, Direct Hit. Heute wurde vorgestellt der 2S25 Sprut SD, ein leichter Panzer bei den Russen auf Rang 7. Gaijin schreibt im DevBlog dazu ein neuer Top-End leichter Panzer. Da können wir dann gleich mal drüber spekulieren, auf welchem BR er landen wird. Vorher möchte ich aber mit euch noch ein bisschen über die Bewaffnung sprechen. Da wird es dann wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher zu gucken, wo das Ding dann BR-mäßig landen wird. Zuerst gesehen hat man ihn im gestrigen Teaser-Trailer zum Update, Direct Hit. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, den Trailer, dann findet ihr ihn unten in der Videobeschreibung, genauso wie den Link zur DevBlog News. Jetzt schauen wir uns mal an, er hat eine 125mm Glattrohrkanone, die extra für das 2S25 Projekt entwickelt und auch hergestellt wurde. Das ist natürlich ziemlich fett mit 125mm, das muss man einfach mal so klar sagen. Laut DevBlog bekommt der Panzer die gleiche Munition wie der T-72B, also eine HE, eine HeatFS und zweimal APFSDS mit einer maximalen Durchschlagsleistung von über 470mm Penn. Und da sollte es eigentlich schon bei euch klingeln, über 470mm. Das bedeutet, er bekommt als Top-APFSDS die 3BM-42. Die erste APFSDS muss dann die 3BM-22 sein, nehme ich jetzt einfach mal stark an. Außerdem bekommt er noch ATGMs, nämlich die 9M119. 2005 ist das Ding bei den russischen Truppen eingeführt worden. Und auch das hier ist wieder ein schwimmbarer Luftlandepanzer, also für die Fallschirmjäger genau wie der BMD-4. Hier, ich glaube das Nachfolgemodell des Sprut-SD baut auf dem BMD-4M auf, das ist dann der Sprut-SD-M1. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der normale Sprut-SD hier auch schon auf dem BMD-4 mit aufbaut, beziehungsweise ob das aus einer Familie kommt, aber ist ja auch in diesem Fall jetzt erstmal wurscht. Er kommt und ich finde jetzt hier anhand dieses Fahrzeugs wird das Update zumindest für die Panzerfahrer sehr, sehr interessant. Wir hatten ja schon 3 andere Dev-Blocks für die Panzerfahrer, nämlich diese kleine schwedische Flak. Dann hatten wir den ZTZ-99-3 und danach kam der Vickers Mark III. Beim Vickers Mark III dachte ich mir so, ja, ist so semi-interessant, weiß ich nicht, ob wir den brauchen. Ich weiß, viele von euch freuen sich auf den Vickers Mark III, aber hier jetzt muss ich sagen, beim 2S25 Sprut-SD muss ich ganz ehrlich sagen, da wird es für mich dann interessant. Ich finde den echt spannend, ich glaube, der kriegt richtig Punch und ich denke, der wird sich auch auf seinem BR sehr, sehr gut spielen lassen. Und jetzt kommen wir mal zurück zum BR. Rang 7 wird er sein, er bekommt die gleichen Munitionssorten wie der T-72B. Rang 7 bedeutet aber, ja, automatisch, dass er natürlich weiter rutscht als der T-72B. Rang 7 bedeutet aber nicht unbedingt, dass er auch ein höheres BR bekommt, als es der T-72B hat. Der T-72B hat ein BR von 9,7, ist auf Rang 6. Wir haben zum Beispiel auf Rang 7 noch die Krishanthema, die ein Battle-Rating von 9,3 hat. Also wenn ich jetzt mal einfach spekulieren müsste, nur anhand der Bewaffnung und der Munition, wird wahrscheinlich das BR nicht niedriger liegen als 9,3. Das wird definitiv nicht der Fall sein. Ich denke, vielleicht sogar eher auch 9,7. Müssen wir dann mal abwarten, aber definitiv niedriger als 9,3 wird er nicht sein. Das muss man halt auch einfach so sagen. Ich denke, er wird sich auch einreihen hier in der Reihe der Schützenpanzer bei den Russen. Die haben ja so eine schöne Reihe ab Rang 5, die er im Moment mit dem Objekt 685 abschließt. Da denke ich mal, wird dann danach auf jeden Fall der 2S-25 kommen. Er hat kein Thermal, aber das ist ja bei den Russen auch jetzt nichts Besonderes mehr, auch im Hightier nicht. Es ist natürlich extrem nervig, das muss man sagen, das gebe ich auch zu. Ohne Thermal, gerade auch bei den doch im Hightier doch eher mal häufiger vorkommenden Nachtgefechten, macht es mit einem Restlichtverstärker. Und ich gehe mal ganz schlagt davon aus, dass er wenigstens einen Restlichtverstärker hat. Macht das mit einem Restlichtverstärker nicht so viel Sinn. Aber gut, trotzdem finde ich das Fahrzeug interessant. Ich denke mal, der wird auch ziemlich viel Spaß machen. Und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, das wird der erste Panzer sein, den ich euch nachdem das Update rausgekommen ist, zeigen werde. Weil momentan ist das für mich das spannendste Fahrzeug. So, das war jetzt der heutige Dev-Blog. Ich bin mal auf eure Meinung zu dem Panzer, zu dem Fahrzeug gespannt. Haut es mal gerne unten in die Kommentare rein. Bewertet das Video gerne, drückt die Daumen nach oben durch, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch natürlich nicht gefallen hat, gebt ihr auch immer ein paar. Dann natürlich einen Daumen nach unten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Euer Raibun.